Ja, ein 16-Jähriger hat erschossen, der wohl... Ja, aber hast du nicht gehört, dass er das letzte Woche erzählt hat, ne? Hast du wieder nicht Podcast gemacht? Haben die Podcast gemacht? Das ist in Sachen... Geil! Wie unser Podcast ist das quasi. Der auch geil klingt, da wo wir nichts hören können. Ja, können wir jetzt auch ein bisschen ran, so, damit die Soundqualität besonders geil ist. Hallo, liebe Leute. Ich kann mich auch so entsetzen. Nee. Dann haben alle unsere Füße oben, außer du. Ja. Also alle. Wer ist denn alle, Tino? Was sagst du denn hier zu dieser 170. Ausgabe, die besonders guten Ton hat? Wir haben uns echt richtig viel gedacht dabei heute. Ich habe nächte lang nicht schlafen können. Wir machen so eine lange Pause und jetzt direkt in die Folge 170. Was können wir alles machen? Und da haben wir hier die Creme de la Creme eingeladen. Die gleichen Gäste wie immer. Hurra! Never change a winning team. Das ist mein Lebensmotto. Außer in Sachen Tinder. Was soll ich meinen jetzt eigentlich? Ach so, das, ja. Das ist neu. Das darf man nicht ansprechen. Nee, nee, das ist streng geheim, liebe Leute. Okay. Was könnte es sein? Schreibt es unten rein. Streng geheime Sachen. 170. Folge. Wir machen Special. Wir haben Gäste da. Und wir reden ausnahmsweise mal über die Ärzte. Denn wir waren auf dem Konzert alle miteinander. Aber es sind natürlich auch Dinge passiert, ja. Und damit ein saftiges Aloha. Oder hier, Herr Rotes, mach du das mal. Von der Daten Landstraße. Echt? Ist das jetzt? Ist das gedrosselt? Nee. Was ist Glasfaser wäre dann hier? Rakete. Hyper-Train, hier, Bullet-Train. Du meinst hier Hyperloop einfach. Bullet-Train meinst du? Hyper-Loop meinst du? Hyper-Train. Hyper-Train. Bullet-Train. Hyper-Loop. Ich war mal in Japan. Da gibt es ein Bullet-Train. Ja, und Hyper-Loop gibt es auch bald. Egal. So, an alle, die jetzt noch nicht weggeschalten haben. Wir sind Tinko-Anrancher. Rinko-Anrancher. Und Tinko-Anrancher. Tinko-Anrancher und Tinko-Anrancher. Alle sind sich hier. Kann man nochmal neu aufnehmen? Ist das eigentlich ein Professionaler Podcast oder was? Das ist ja selbstverständlich. Ey, zur 170. Folge, da kann man auch mal so ein bisschen hier so einen machen. Ja, ich finde auch sonntags, mittags, ist man auch immer in so einer Stimmung. Ja. Da ist das egal. Sonntags ist es schon Sonntag. Man weiß, man muss ja eh nur noch eine Viertelstunde durchhalten, weil dann kommt das neue Ulti-Video. Schön, Werbung machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht eigentlich. Nee. Naja, egal. Also, wer das versteht, bitte in die Kommentare. Es gab keinen Podcast der Welt, bei dem ich länger gewesen bin, als der Brennpunkt. Aha. Muss man dazu sagen, ja. So. Wie lange lief eigentlich der Badumcast? Nicht so lange, ne? Nee, aber der war ja auch unregelmäßig. Also ja. Doch, der lief länger als der Brennpunkt, weil der läuft ja noch. Das steht erstens, ja. Er wurde nie aufgelöst. Der ist ja ein Leben von seiner Kurzweiligkeit und Unregelmäßigkeit. Ja. Kann jederzeit passieren. Man verliebt sich ja auch dann in einen Menschen, wenn man ihn gerade nicht sieht und ihn vermisst. Und so ist das bei dem Badumcast halt auch. Ist so. Die Menschen sind so hard in love gerade. Ja, der Badumcast wurde ja ursprünglich oben auf dem Dachboden aufgenommen. Ach, hier? Ja. Das war schön. Echt? Ja. Zumindest die ersten zwei, drei Folgen. Wir sind da hochgegangen? Ja. Warum? Das ist doch gar kein Ambiente. Das ist Ambiente. Ich glaube, genau das sagen wir sogar in den Folgen. Dann habe ich jetzt so gerade... Also, wenn ihr die Mutter des Brennpunkt-Internets hören wollt, dann schaut mal nach Pur-Dum-Cast. Und wer ist das andere Elternteil? Keine Ahnung. Das ist so ein Jesus-Ding, glaube ich. Ach so. Das ist einfach passiert. Von Gott geschickt, quasi. Wir sind ja der von Gott gemachte Podcast. Dann habe ich eigentlich angefangen. Ich finde das... Wir müssen noch 55 Minuten Scheiße machen. Scheiße, ey. Ich finde das auch wichtig, Tinko, dass du mal von diesen klassischen Familienbildern wegkommst. Weil Vaterkind ist auch ein bisschen altmodisch und das ist auch irgendwie inzwischen aufgelöst worden. Aber Heiliger Vater und Heiliger Geist und so, das ist ja auch sehr klassisch, ne? Apropos aufgelöst worden. Ach nee, das... Die Ärzte gibt's noch. Nein. Oder wieder. Ich wollte eine richtig miese Überleitung machen. Ich habe halt wirklich eine richtig miese Meldung diese Woche. Scheiße. Aber die kann ich jetzt nicht sagen. Einer wurde in Säure aufgelöst. Nee, aber fast. Du hast jetzt angefangen, also... Also jetzt kommt der Downer, Leute. Danach haben wir alle wieder richtig gute Laune. Also da ist ein Kind, das löst sich gerade im... Was ist denn das? Im Fruchtwasser auf. Oh. Ja. Da ist nämlich in Amerika, haben sie ja jetzt Abtreibung verboten. Und viele Staaten haben das natürlich jetzt schon durchgesetzt. Warte mal, ist es in ganz überall oder nur in lokal? Naja, ich glaube 30 von 52 oder sowas. Es ist doch so, dass die USA... Also die Staaten dürfen jetzt selber entscheiden, ob sie es verbieten wollen. Und es machen dementsprechend auch... Ja, aber 15 hatten, ich weiß nicht, Lockswitch, irgendwie sowas heißen die Gesetze. Das heißt, sobald das quasi international freigegeben ist, treten die automatisch innerhalb von 30 Tagen in Kraft, ohne dass nochmal extra ein Gesetz gemacht wird. Ja, und in einem solchen Staat war das. Ich kann auch rausgucken, aber es interessiert auch echt keinen, in welchem davon das war. Aber was passiert da jetzt? Also warum löst das Kind sich nicht auf? Es löst sich nicht auf. Das war nur die Überleitung. Es ist einfach ein Kind, das lebt im Mutterleib, aber es hat keinen Schädel. Also kein Knochen im Kopf. Aber ein Gehirn. Es funktioniert alles, aber sobald es halt auf die Welt kommt, stirbt es hundertprozentig. Ja. Und sie darf aber nicht abtreiben. Das heißt, dieses wundervolle Gesetz, diese ganz tollen Menschen, die ganz schlimme Abtreibung finden. Pro Leid. Die sagen, hey, du musst jetzt als Mutter, die ein Kind haben möchte, musst dieses Kind, was eigentlich auch lebt und wahrscheinlich mal vor den Bauch schlägt und so, musst du austragen, nur damit es dann stirbt. Die ganzen Geburtsschmerzen etc. Alles volles Programm und ja, cool. Und dann try again. Es gibt vielleicht eine minimale Chance, dass es überlebt. Wir können versuchen, operativ diesem Kittenschädel, so einen Helm zu bauen, wie Darth Raider oder so. Wir haben alle unsere Helme abgegeben im Februar. Ach, schuldigung. Es ist keine Chance mehr. Ich weiß, totaler Bullshit, weil es halt in Amerika ist egal. Es war übrigens Louisiana. Das ist eine relevante Information für viele Zuhörer. Das ist der Downer der Woche, aber nur nochmal ein mahnendes Beispiel jetzt in Melden für Dumm einfach. Also warum muss man da auch so Hardliner sein? Das verstehe ich auch nicht. Wenn halt die Gesundheit der Mutter in Gefahr ist, was wiegt denn da mehr? Die Mutter, die halt schon lebt oder das Kind, was eventuell irgendwann lebt? Das ist ein Stufenmodell. Männer kommen ganz oben, weiße Männer. Alte Cis. Alte Cis-Männer. Genau, danke schön. Dann kommen weiße Frauen und dann alles andere. Und auch Kinder sind ganz unten in Hierarchie. Aber erst, wenn sie geboren sind. Bevor sie geboren sind, sind sie ganz heilig. Da sind sie ganz oben, sogar nur über einem Cis-Mann, glaube ich sogar. Okay. Weil auch mal, ja genau. Jetzt habe ich die Stimme runtergezogen. Dankeschön. Jetzt erzähl doch mal von Leuten, die eine Schädeldecke haben. Wer hat eine Schädeldecke? Die Ärzte. Die Ärzte haben eine Schädeldecke. Stimmt. Drei sogar. Jeder eine. Jeder eine jeweils tatsächlich. Möchte man meinen. Also ich habe noch nicht an die Ärzte von Danelle gepackt. Ja, also so wie die gestern gespielt haben, könnte es halt auch sein, dass die Schädeldecke abhandengekommen ist. Wir waren ja gestern in Erfurt noch auf dem Domplatz auf einem Konzert von den alten drei Herren. Und die haben angeblich seit Wochen nicht mehr gespielt, nicht geprobt. Und man dachte am Anfang, haha lustig, aber es war echt so. Sie haben echt bei jedem Song was verkackt. Bei jedem Song. Es gab keinen Song. Sie haben am Ende falsch eingezählt, haben nicht zusammen angefangen, nicht gemeinsam aufgehört, Texte vergessen. Weiß ja nicht, was noch alles passiert ist. Also musikalisch war es echt unterste Schublade. Also ich sehe halt, wie wir hier schon wieder so abgestuftes Verhältnis dazu haben. Er fand es komplett lustig. Ja, also wenn ich qualitative Erzmusik hören will, dann gehe ich aus Streaming-Seiten. Ja, das ist schon klar. Nein, ich will differenzieren. Ich meine, ich sage nur musikalisch was unterste Schublade. Eben drum. Ich fand es aber vom Unterhaltungswert toppt das keine Band. Ja, also gut. Wenn ich wie Quinten hören will und ein Dreiklang gesenkt, gehe ich in die Oper oder so, keine Ahnung, oder zu Rammstein oder so. Aber das ist ja so, da gehst du ja hin, weil es lustig ist. Hey, die haben einen Dreiklang gemacht gestern. Ja, war es fein. Die Puperzen sangen ihre Terzen, obwohl sie das nicht tun sollten. Sie sollten alle in derselben Tonart singen, aber haben sie nicht gemacht. Und auch spielen. Das war so geil. Es war, glaube ich, bei Radspaziergang mit Folgen. Und ich dachte so, hä, wer spielt jetzt scheiße so? Es war der Bass komplett off. Ich so, hä? Und dann Fahri so, oh, ich bin der falschen Tonart. Also ich wusste gleich, dass es nicht Rott sein kann. Also der ist ja der einzige Musiker in der Band. Es war auch so geil, als dann Fahri nicht wusste, wie der Song losgeht und Rott dann auf dem Bass die Gitarrenpart gespielt. So geht das. Es ist schon sad. Ja, das ist halt das Ding so. Ich fand es auch zwei Stunden lang witzig. Und irgendwie dann war es einmal zu viel, wo ich dann so dieses Gefühl habe, ja, okay, die sind halt vielleicht doch schon 60 Jahre alt. Und der sagt nicht. Wird es daran liegen? Weiß ich nicht. Aber was ich, also es menschelte gewaltig wieder auf der Bühne. Ja, mega. Und was mir daran gefällt, ist, dass man gerade als Fanboy so sehen kann, da ist ja auch so ein Stückchen Privat kommt da ja auch mit. Das heißt, Fahri ist nicht der, der die ganze Zeit seine Lieder schreibt und spielt, sondern der auch mal irgendwie ein H greift statt ein D, ich weiß es gerade nicht. Und man so richtig sieht, ach, die hatten jetzt privat Urlaub gemacht und man konnte so richtig hinter die Kulissen gucken, dadurch, dass die so scheiße gespielt haben. Aber, ey, meine Güte, es ist wirklich der Spaßaspekt und der Rumtanzaspekt, wegen dem man da hingeht. Und wenn man die Musik auf guter Qualität hören will, dann kaufen sie sich die CD. Man kann auch echt fast schon so ein Trinkspiel aus Erze-Konzerten machen. Zum Beispiel, wenn, soweit die Fans rufen Nazis raus, Konfari mit dem groß erhobenen Finger, mach das, wo Nazis sind. Das macht er jedes Mal. Der lässt nicht zu, dass Leute Nazis rausrufen. Was für ein Nazi. Ja, oder? Ähm, ich muss trotzdem mal was ansprechen. Ja, ja. Dieser Wal-Arier. Der hat, glaube ich, nicht blaue Augen, der ist nicht akzeptiert. Keine Ahnung, das habe ich von weit nicht gesehen. Ich finde nach wie vor, dass, wie heißt es, ich vergesse den Song immer, Alter, die erste Single jetzt von Dings. Ein neues? Nee, von dem ersten Album. Von Hell, weißt du? Wie heißt es? Murgenspauken, ja. Der funktioniert natürlich live halt gar nicht. Ich fand es musikalisch gar nicht so schlecht, weil du hast beim letzten Mal schon gesagt, dass sie live gespielt haben, der scheiße war. Ich fand es aber nur vom Text scheiße, weil die den Text nicht konnten. Aber musikalisch fand ich es eigentlich ganz cool, dieses dödödödödödö. Geh immer vorher. Ja, ja, klar. Aber auch, weil Rott an der Gitarre war, muss man auch noch dazu sagen. Ja. also farin ich weiß nicht seitdem ich ein bisschen mehr auch mich in musik rein fuchse so und warum machst du das weil ich mich auskenne damit was ich studiere gerade noch musik nebenbei ist aber so von kinden gesagt genau von kindern und so und seitdem ich das halt war jetzt fällt mir so viel auf wie schlecht verfahren eigentlich gar nicht spielen kann und bela auch schlagzeug teilweise weit bei ihm geht es aber und wenn er heute in der gitarre ist läuft einfach da läuft wenn was falsch spielt das merkst du nicht immer sofort aber bei der gitarre merkst du sofort manchmal als nichtmusiker muss ich sagen mir gefällt es dafür ist es auch gemacht also ich meine ich habe auch schon mit deuten gesprochen die meinten mir ist es wichtig dass meine musikerkollegen sagen dass es gut war ich sag nein es sollte den leuten gefallen die vor der bühne stehen nicht irgendwelchen abgewichsten profi musikern so für die machst du es ja nicht machst du das publikum wenn es denen gefällt ist es doch alles gewonnen meine meinung also ja was ich glaube was dieses problem ist bei morgens porken da fehlen einfach auf der bühne gitarren sehr viele und bei diesem ein part in ich am strand wo sich die stimmung so wechselt dieses das merkst du gar nicht ne live das merkst du wechselt ich finde es so ich glaube farin hab da weiß das selber nicht obwohl er den song gemacht hat dass er den dass er diese stelle irgendwie anders spielen muss damit dieser da fehlt hat dieses diese möwen ich weiß gar nicht ob da irgendwelche synthies oder streiche im hintergrund sind im song ich habe es gerade nicht direkt vor ohr also der setzt das irgendwie falsch um dieses von der hat ein geiles leben bis dahin gab und dann so richtig was weiß ich am strand hat er diese diese eine stelle wo es genau untergeht es wirkt halt so durchgehend depressiv das lied finde ich echt auch im gefrag dieses ich am strand es wirkt irgendwie live so ein bisschen depressiv finde ich ich glaube ihr habt auch einfach eine andere perspektive weil also du standest ja weiter hinten ich war ja die weise zeit mehr da wo es auf die schnauze gab und da kriegst du halt auch das musikalische ein bisschen weniger mit so ich war so ein aschberg-gitter so und konnte mich halt anlehnen und echt gut zuhören gelegentlich war so ein ellbogen rücken bekommen kann also ein notizbuch rausgeholt hast du natürlich wissenschaftliche analyse gemacht auch ein stimmgerät dabei gehabt zwischendurch das heißt aber kein gis das waren eh keine ahnung aber war schon ein späßchen war lustig kann man sagen heute spielt glaube ich roland kaiser und ne morgen spiel roland kaiser und übermorgen klüso also ein potpourri der das war das schlimmste dass die ganze diesen klüso so gefeiert haben wegen all der klüsen der ist so nett und geht mal auf sein konzert und ich so was das ist nicht meine band die hätten mehr lästern sollen meinst du wenn die in erfahrt gegen klüso hetzen dann werden sie auch ausgebucht die hetzen ja in erfahrt auch gegen nazis und werden nicht ausgebucht also ja gut gegen bernd höcke haben sie auch aktiv hier war ein schönes konzert ich habe es nicht bereut hingegangen zu sein ich schon ja ich hätte mich gelangweilt ein bisschen echt zwischendurch ich bin nächsten sonntag noch mal bei die järzte in tempelhof ah ja zum abschlusskonzert also eigentlich was abschlusskonzert aber sie haben eins verschoben nach hinten deswegen kommt noch eins aber dann ist erstmal wieder ein bisschen ruhe ne wahrscheinlich ja aber mein eindruck war ganz am ende dass das bähler richtig irgendwie traurig war weil das ja weil das so verkackt war jetzt irgendwie so glaube ich voll oft entschuldigt am ende und ich hoffe es hat trotzdem spaß gemacht und so ja es war ja auch auffällig schlecht ich finde ja darf es ja sein aber ich würde jetzt also bähler wenn du zuhörst es hat mir großen spaß gemacht und auch auch mal diese seite dieser facette der band kennenzulernen ja stimmt diese fehlbarkeit dieses menscheln was bei den ärzen sonst nie hast du jetzt ich wollte gerade sagen wir haben jetzt diesen podcast ja hier gehijackt mit unserem ärzteschild was ja immer nicht jeder gerne hört ja was das sind ja hier leute die gehören da teilweise diese band ja dann empfehle ich euch einen anderen podcast aus deren sicht stelle ich mir nur gerade vor sind die blöde alter sind die übelste fanboys wie die das hier alles rechtfertigen dass sie übelst scheiße sind ja einmal vorher proben und so ja das ist eigentlich so weil ich ne also warum zählt das überhaupt wir hatten die letzten fünf wochen oder warum zählt das überhaupt dann geht noch mal kurz im proberaum wo ist das problem so ja noch keine zeit aber die die haben ja nicht mehr so viel zeit die sollen lieber ein neues lied aufnehmen statt einmal zu proben oder so überleitung werden noch weiß ich weiß auch noch nicht genau wer auch viel zeit hat jetzt ist der acht milliardenste mensch denn der wird jetzt vielleicht wenn der podcast ausgestrahlt ist wird er geboren worden ich dachte ich habe es ich habe es gerade flutschen gehört da ist er hatte der zufällig keine schädeldecke wir sind wieder runter wir müssen noch jetzt jetzt kam der acht milliardenste ja eine große feier steht uns bevor der acht milliardenste mensch oder liegt vielleicht bereits hinter uns wenn ihr das hört ja wie feiert ihr das zeug noch ein kind keine ahnung das neun milliardenste kommt hin dass in den neun monaten vom achten bis zum neunten das ist klappt so schnell geht das na klar naja wir haben jetzt in den letzten 50 jahren uns verdoppelt auf der welt aber wenn jetzt in den nächsten fünf jahren in der aquaregion und überall die leute wieder verrecken weil die alle natürlich nicht leben können dort wird es dann wieder drunter oder ja ja okay entspannt gemacht gut also diese 70er jahre zahlen die kommen bald wieder das kommt jetzt alles wieder die natur wird sich das alles wurde die bevölkerungszahl alles kommt wieder naja ist auf jeden fall schön ja es ist cool ist immer mehr werden ein weiteres hungriges maul zu stopfen viel wir wollten noch von den depressiven themen weg ach so na dann feiern wir das halt nicht es wurde ein jugendlicher erschossen in dortmund schon wieder ne ich glaube es geht noch in den gleichen auch in den gleichen genau ja ein 16 jähriger oder erschossen der wohl hast du nicht gehört dass er das letzte wort erzählt hat hast du wieder nicht podcast gemacht haben die podcast gemacht das ist in sachen sorry warum rede ich denn voll mit dir ja ich hab dich vertreten ich hab dich vertreten ich dachte noch vor 1000 folgen mal oder so ja ich poste ist ja keine auch wenn ihr sowas macht nicht ich hatte kein handy wie wäre es nicht bei instagram warum hast du den kanal nicht abonniert auf dem du produzierst ich bin nicht so viel bei youtube okay nice guck doch immer nur mdr du zählst auch nicht mit dass wie kommen wir jetzt eigentlich auf die 170. folge das was weiß ich denn welche fehlen könnten so also ich bin jetzt auch ganz keine ahnung ich sehe gerade dass wir mit dem podcast genauso umgehen wie die apps mit den konzerten ja insofern ich habe es echt nicht gewusst ihr aufgenommen habt ich war völlig ich dachte ihr postet das bestimmt schon und du meinst du meinst ja auch so ja vielleicht gar nicht auch wenn wir es nicht schaffen zeitlich und so ich hab da gut easy dann kann keine story okay gar kein podcast jetzt war pause drei vier wochen oder so okay aber es hängt in der nordstadt überall so a4 blätter mit seinem gesicht drauf sowieso erschossen von der polizei ja das ist in seiner wohnung passiert deswegen ich hab gepennt wenn ich schläft neben links und rechts und rechts und ich lage im bett plötzlich kommt ein typ mit messer rein ein typ mit maschinengewehr ballert ihn ab ich muss die scheiße weg waren der west und dann hat er so ein loch in der wand er ist noch nicht da kann ich die themen gar nicht rausholen von verletzter woche weil ich weiß gar nicht was wir schon besprochen doch sag einfach nochmals okay fällt nicht auf das special diese folge ich meine die leute hören das ja auch nicht wenn du das nicht hörst da macht immer jemand 100 tabs auf damit wir die klicks kriegen ja mach das mal wer auch öfter den äh schüsse hören wird das sind wohl bts bts werden wohl als wehrdienst eingezogen und dürfen trotz ihres kultstatus ich meine die haben ja warum sind die nicht in südkorea statt nordkorea aber auch die haben eine wehrpflicht wie es scheint und die müssten trotz ihres kultstatus und so müssen jetzt quasi eine pause machen und so zur armee gehen können die nicht auch alten oma ist ein arsch erwischen gibt es vielleicht da gar nicht sind die jetzt 18 geworden oder was ich weiß nicht wie alt die sind ich dachte die sind irgendwie mal volljährig muss man da 18 sein ich dachte das ist so ein bisschen 20 oder so also ich wurde bedauerlicherweise noch nicht eingezogen das kann ich jetzt nicht sagen noch nicht aber ja vorhin zu gutenberg damals die wehrpflicht ausgesetzt hat die afd will sie ja wieder einführen wie alt sind die denn das wäre ja richtig absurd weil die sind ja jetzt echt schon irgendwie viele jahre erfolgreich wenn die irgendwie da mit 14 angefangen hätten oder sowas hier steht es normalerweise müssen sich alle gesunden männer 18 monate lang verpflichten und ihrem land dienen bevor sie 28 jahre alt 28 jahre verendet haben genau und es die wurden 2018 wurden sie wohl schon angefragt und haben geklagt dagegen oder wollten hat es irgendwie umgehen aber dürfen sie nicht offenbar ist hier wir sind auch auf der seite militär ist wohl ja hat mehr macht als bts ok ja dann hoffentlich haben die auslandseinsatz ja können sie helfen in kiew nach und dann können die gleich direkt da spielen stimmt falls sie da nicht wieder kommen von wäre jetzt ja auch nicht so na elvis war ja auch dann in der armee zwischendurch ja ist der deswegen so dick geworden das kann man später ja also 18 mord ist aber lang finde ich vor uns sind es nur ein jahr oder ich dachte es war sogar ein halbes ist aber auch lange her aber vor meiner geburt wichtigen zeit sag ich mal die können ja in der zeit jetzt gar nicht produzieren können die da also die kommen ja sicherlich am wochenende nach hause können ja ein bisschen naja die haben ja so einen strengen tourplan irgendwie und aufnahmeplan ich glaube dass das jetzt einfach nicht mehr möglich ist was sie vorher gemacht haben vielleicht können sie in der zeit ein album aufnehmen irgendwie immer so peu à peu aber das schönste-graben-special können sie aufnehmen zum beispiel kriegs-lieder ja so mit maschinengewehr als bass drum ddddddddddddddddddddddg Zufall. Das Großdeutsche Reich ist... Meinst du, dass Pudding auch irgendwann fett wird? Und daran stirbt? Das wird er ja schon, da quillt er schon völlig auf. Aber das ist ja sein Botox, zumindest, oder? Sagt man, weiß man nicht. Ach, der sagt das gar nicht in seinen Ansprachen. Leute, bevor ich hier anfange, ich nehme Botox. Leute, alles gut? Ich möchte transparent mit euch sein. Ich bin nicht schwul, es ist nur Botox. Großartige Überleitung, denn Putin hat jetzt russische Frauen 16.000, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Dollar sind. Es müssen ja Dollar sein. Ja, wahrscheinlich umgerechnet. Der Rubel, also eine Milliarde Rubel oder sowas. Für jede Mutter, die 10 Kinder bekommt. Okay. Das ist halt jetzt ein Versprechen, um diese 10 Kinder zu bekommen. Das dauert wahrscheinlich mindestens 7 Jahre. Aber er wollte vielleicht die 8 Milliarden voll machen. Und was ist denn, also, weißt du, du machst jetzt auch geil, 16.000, Hammer. Ich fange jetzt direkt an. Aber wenn du einen neuen hast und du da noch ein 10. kriegst, gilt das? Ja, das ist natürlich ganz okay. Giltet das? Ja, na klar. Aber das ist doch dann tot Putin, bis die da 16 Kinder ausgetragen haben. Erstens, du machst jetzt richtig, klotzt du richtig ran. Und was ist, wenn da eins dabei ist ohne Schädeldecke? Da musst du ja nochmal extra Runde drin. Und 10 schwule Kinder behaupten, also die werden damit abgezogen wahrscheinlich. Das stimmt. Der Coming-out zählt nicht. So, also wer garantiert dir, dass in 10 Jahren dieser Deal noch steht? Also irgendwann fehlen so die Sachen, wo man sagen kann, er ist nicht mit Hitler vergleichbar. Also gut, Hitler hat glaube ich keine 16.000 Dollar bezahlt, aber der war auch hochinteressiert daran, dass die Deutschen halt Kinder kriegen. Es gab sich auch so Muttergeld, dass Mütter auch dann, es wurde als Job oder als Beruf anerkannt, wenn sie Mütter waren, dachte ich. Warum machst du denn da jetzt Gänsefüßchen? Eine Hausfrau und eine Mutter, das ist der härteste Job der Welt. Naja, aber es war ja jetzt als Beruf, es war ja jetzt nicht mit Arbeitsvertrag, es war einfach so, wenn du ein Kind hast, kriegst du halt vorm Staat Geld. Das finde ich nicht in Ordnung, was du hier so runderredest. Ja, keine Ahnung, kann sein, ich bin nicht so Nazi wie du, dass ich mich da so klauskenne. Aber die haben ja übrigens an dem russischen Bevölkerungsrückgang, dem weiß ich gar nicht. Naja, und die haben ja jetzt nicht mehr so viele Verbündete, die müssen jetzt sich selber aufbauen quasi. Ja, haben auch einige verloren im Krieg jetzt, das stimmt. Aber das ist ja, das lohnt ja wirklich nicht, da müssen ja, wann kannst du den Krieg, 14 Jahre, also die Frauen müssen jetzt die Kinder kriegen, dann 14 Jahre, bis die überhaupt annähernd in die Nähe eines wehrfähigen Alters kommen. Dann ist doch eh... Oder Putin plant schon sehr langfristig, dass er sich zu einem Cyborg umwandeln lässt, immer noch an der Macht ist und dann noch mehr einnimmt. Mit dem langfristigen Plan, das finde ich aber gut, wenn Regierungen das machen, das ist ja eher selten. Das ist ja der Vorteil, wenn du dich nicht auf vier Jahre wählen lässt, sondern auf immer, dann planst du auch langfristiger. Riesenvorteil, ja. Total geil. Das ist eigentlich gut gemacht. Können wir das mit Armin Laschet so machen? Ja, bitte. Nicht? Wir haben doch gesagt, wir reden nicht mehr über Leben, warum bist du jetzt so... Naja, na gut. Aber es ist ja möglich, weil Merkel war ja auch 16 Jahre an der Macht. Du musst, wenn du das alles richtig machst, wirst du bestätigt im Amt. Okay. Die hat auch ganz viel gemacht. Die hat auch langfristig geplant, deshalb funktioniert jetzt auch ordentlich in allen nichts mehr. Die hatte einen Masterplan. Das ist alles so am Reißbrett zusammen, so Fäden verbunden. Die hat gedacht, alter, das klappt bis ungefähr 21, dann dreh dich zurück, danach ist das kann dann Habeck machen, wirklich. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob es wirklich Finnland war, nicht, dass ich Scheiße erzähle. Weil diese ganzen skandinavischen Staaten, das ist ja alles eins. Na klar, keine Frage. Aber die machen es gut. Nur was sie nicht gut machen, auf der einen Seite muss man sagen, ich sage erstmal, was es ist. Es ist ein Riesenskandal. Die Premierministerin. Ach so, ja. Marien. Hab ich gelesen. Weißt du, was sie gemacht hat? Die hat gekokst. Nein. Das ist jetzt Hearsay, was du hier reinbringst. Die hat einfach nur gefeiert. Ach so. Also vielleicht ist da Alkohol geflossen. Ne. Die 36. Ich glaube die jüngste Staatschef in der Welt sogar. Und die hat mit ein paar Freunden bei sich zuhause gefeiert und da sind Videos geleakt worden von. Und das ist ganz skandalös, weil die singen da und jubeln und machen so Dinge. Da hat er halt so ein bisschen so Mehlreste vom Kuchen backt. Nein. Ich weiß es nicht. Wo kommst du mit deinem scheinen Koks jetzt her? Ich habe den Vorwurf gelesen, dass die gekokst haben soll. Mehr habe ich nicht gelesen. Das ist doch alles schon wieder scheiße, ist das was so. Aber es wird dir vorgeworfen, ne? Nein, die hat halt einfach gefeiert und jetzt sagt die Gesellschaft, die soll sich mal darum kümmern, dass es uns besser geht. Ach so. Das ist dumm. Die halt soll keine Freizeit haben. Ah. Finde ich richtig so. Was, die geht kacken? Nö. In der Zeit kann sie uns noch ein Steuerpaket schnüren. Aber wahrscheinlich wird sie ihren Freundeskreis etwas kleiner, weil irgendjemand muss das ja geleakt haben von den Leuten, die anwesend waren. Und, ähm, supergeil. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, schön, dass die Finnen so kleine Probleme haben. Weißt du? Also, für Amerika wäre das ja zum Beispiel nichts. Oh, Trump feiert? Skandalös. Riesenskandal. Ne, finde ich dumm. Vor zwei Jahren gab es doch auch Skandale, dass irgendwelche Politiker bei uns hier große Partyschmeißen. Das ist eigentlich nur dieselbe Sache. Boris Johnson. Aber bei dem war es ja so, dass der ja eine Corona... Also... Danke, dass du den Witz erklärst. Ach, das meinst du gar nicht. Ich dachte, du war es irgendwo anders. Nee. Es gab ja zu Hause, selbst Katja Kahr hat ja auch so Musikvideos gemacht, als gerade Hochzeit von Massenpflicht und Versammlungsverbot waren so. Aber das greift alles nicht bei diesem Skandal. Es ist einfach nur, weil sie wirklich gefeiert hat. Das ist dumm. Das geht ja ein mit 36 Jahren. Ja. Offenbar müssen die politischen Menschen da so lupenrein sein, dass du selbst mit so einem Partyvideo schon abgesägt wirst. Das ist echt krass, dass du für ein Gefälle hast. In den USA hast du Trump gehabt, der alles durfte. Und in Finnland warst du halt... Und Backstreet Boys Musik haben bis gleich abgesägt. Ich muss sagen, hätte ich so Feiervideos gesehen von Armin Laschet, wie er zu Hause sitzt mit ein paar Leuten und richtig wild in die Kamera singt, hätte ich den gewählt. Er hat auch Party gemacht damals, als diese Flut war. Das stimmt. Ist auch bald wieder. Gute Überleitung. Eine Flut? Mhm. Cool. Ich glaube jetzt fürs Wochenende sogar für Bayern angesagt. Kann weg. Kann weg, ne? Bayern, ja kann weg. Das ist halt immer der Vorteil an sehr trockenem Boden. Dann nimmt der das Wasser nicht so auf, wenn jetzt Platzregen ist, so einen Meter Regen. Ja. Und dann ist Bayern weg. Vielleicht ist ja so viel Regen, dass... Also die Bayern haben ja auch die ganzen Atomkraftwerke wollen die ja anhaben. Vielleicht entsteht ja wie in Fukushima ein Tsunami aus Regenwasser in den Reaktor rein. Pam. Alles verstrahlt. Bayern weg. Dann ist Bayern einfach nur Little Chernobyl. Little Chernobyl, ja. Kommt da auch so ein Riesenrad hin und so ein kaputtes... Wir können das direkt dann auch nutzen. Vielleicht können wir so einen strategischen Tunnel bauen und das dann direkt nach Frankreich leiten, dieses ganze Wasser. Dann können die ihre Kernkraftwerke gleich mit kühlen. Stimmt. Ja und Bayern will ja immer keine Endlagerstätte haben. Jetzt ist ja praktisch, wenn das dann eh komplett verstrahlt ist, kann man das einfach da halt hinschmeißen. Und keine Windräder, weil die ja die Landschaft verschandeln. Man kann ganz Bayern einfach mal hinschmeißen. Ja. Bescheidertes Sozialprojekt. Ja, aber pitch das mal. Alter, wir haben... Pitsche Patsche. Pitsche Patsche. Pitsche Patsche. Wir nehmen Nord Stream 2 in Bayern Eingang, in Frankreich Ausgang. Patsche Patsche. Patsche Patsche. Patsche Patsche. Ja. Wenn du gerade zuhörst, dann... Alter Habeck, ich habe gerade auch keine Hafermilch da. Ohne Scheiß. Wir können jetzt ja eigentlich mal live einen Löffel Müsli mit Wasser essen. Und das mal nachempfinden. Ja. Ja. Während ich das hole, erzählst du uns mal, was du von Habeck hältst. Habeck? Unser Wirtschaftsminister. Ja, der ist ein bisschen komisch, ne? Du willst ein Statement über Habeck? Kriegst du nicht, Alter. Hä? Mike's Rob. Habeck ist ein guter Mann. Ich finde mein Müsli. Nee, ich habe mir mehr erwartet von der Ampelregierung. Habeck ist nicht die Ampelregierung. Können wir mal in Ruhe machen. Aber ich glaube, da fehlt denen auch ein bisschen Macht, das zu tun, was sie eigentlich vorhatten. Natürlich, selbstverständlich. Das ist total traurig. Also ich habe auch gesehen, da saß der bei die Zeit oder so und der wirkte total abgefuckt über den Sachverhalt, dass er irgendwelche Kohlekraftwerke anschmeißen muss, irgendwelche LNG Terminals bauen muss, mit irgendwelchen Leuten aus Katar halt reden muss und so. Ich glaube, der hat gar keinen Bock auf den Scheiß, den er da macht. Aber er ist nun mal der Minister für Energie. Ja. Unter anderem. Und wird ja auch in vielen Belangen gebremst von der FDP. Muss man ja auch mal dazu sagen. Naja. Doch, doch. Ja, es ist total schwierig, weil ich auch immer gar nicht weiß, wie fadenscheinig die Argumente der FDP sind und wie viel davon halt richtig ist. Da fehlt mir einfach die Information. Also ob es überhaupt möglich ist, diese ganzen Ideologien, die gut sind halt durchzubringen und das auch realistisch ist. Und während ich mir einen Abstotter hörte, er ein bisschen Geraschel im Hintergrund und Tinko hustet sich mal in den Ellenbogen. Ja, ja. Es ist unfassbar. So, ich werde jetzt hier einfach mal den Habeck live machen. Der ist nämlich ein armer Mensch. Ne, mit Wasser. Hast du Wasser? Da ist Wasser drin. Ich habe keine Milch. Ich habe gar nichts drin, Alter. Es ist eklig. Aber geht, ne? Es ist schon tatsächlich ziemlich widerlich. Es ist halt echt komisch, weil es fühlt sich halt an, als würdest du was trinken, wo einfach Schmutz drin ist. Lauter macht der Frühstück wohl immer irgendwie Nussmüsli mit Orangensaft drin. Als Beatfrühstück. Schnell mal so. Aber ohne Salz. Ohne Salz. Ohne Tier. Der ist auch Vegetarier. Ne, Pesketarier, glaube ich. Oder der ist Fisch, glaube ich. Ich weiß nicht, was du mit diesem Beitrag eigentlich gerade bewirken willst. Ja, das ist die 170. Folge. Special. Achso, okay. Wir sind heute besonders scheiße. Das ist auch einfach mein Lieblings-Meme, was halt keiner kennt so. Also dieses Habeck-Ding. Ja, du zitierst auch viel. Du rufst ja auch sehr, sehr häufig auf diese brechmische Sachen mit Olaf Scholz. Das ist gar nicht mal sein größter Skandal. Gerade die übelsten Wirecard-Aufdeckung und so weiter. Äh, nicht Wirecard. Ähm, Emcomics-Aufdeckung. Die gab's gar nicht. Die gab's gar nicht. Ja, gestern wieder Hashtag auf Twitter. Ist da was passiert? Cum-Ex? Ich glaube, da gab's diese Anhörung. Da bin ich aber nicht so drin. Da gibt's ja jetzt so'n Porn. Da wird geschwiegen einfach. Also Scholz schweigt ja dazu. Kam in die Ex. Robin, jetzt habe ich was Gutes fürs Special. Du erklärst uns heute Cum-Ex. Nee. Doch. Nee. Doch. Dann probier's. Wir machen das jetzt viel mit diesen Namen, wo man nicht weiß wer oder was das ist. Uschi Glas hatte ich kürzlich. Haben wir auch gegoogelt. Uschi Glas ist eine Schauspielerin. Das haben wir dann auch rausgekriegt. Schon sehr älter. Nachdem wir erst überlegt haben, wer das sein könnte. Okay. Cum-Ex ist, wenn du deine Ex-Freundin quasi gifst. Könnte man sagen. Ich meine... Ist ein sauguter Witz. Äh, saugut. Ähm, das... Und jetzt, was könnte da... Was könnte da sein? Ist ja irgendwas mit Steuern, nehme ich an. Ja, das ist ja irgendwie eine Firma gewesen, glaube ich. Eine Firma? Okay. Halt's Maul. Also, ähm, das war der Scholz. Der hat da nämlich mit denen, ähm, Hinterrücks gemeinsame Sache gemacht. Mhm. Die haben da, ähm, Dinge getan. Ja. Ist weit richtig. Und, äh, der hat hinterher, ähm, mussten die für diese Dinger nicht bezahlen. Und der hat da bestimmt Geld für gekriegt. Mal nochmal neu. Also, ich möchte jetzt die Worte hören. Äh, Aktien. Mhm. Dividenden. Mhm. Und Finanzamt. Nee. Schade eigentlich. Also, äh, der hat wahrscheinlich, ähm, das war so ein ganz typisches Politiker-Ding, weißt du? Ganz klar kenne ich. Ähm, der hat, ähm, vorher, der hat ja Insider-Wissen, weil er ist ja regierende Person. Wo eigentlich... Wo hat er eigentlich regiert? Na, hier in Hamburg. Ah, okay. Das soll ich hören. Okay, und, ähm, da hat der Insider-Wissen gehabt, was passieren wird. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Bayern überflutet wird, da weiß man, okay, verkauft jetzt mal Aktien von irgend so einem großen, von jetzt mal BMW, die da in München sind. Verkauft die mal, weil die fallen. Mhm. Und, ähm, das hat er denen gesagt, was da so passiert. Und dafür hat er Geld von denen gekriegt. Mhm. Und da haben die mit Aktienhandel viel Geld gemacht. Mhm. Und er hat gesagt, cool. Jetzt fehlen mir noch Dividend und Finanzamt. Naja, vom großen Minuen, zieh ab den Dividend. Okay. Subtrahent. Okay. Ja. Es war eins zu eins so, also Bayern wurde überflutet. Nee, das passiert ja jetzt. Und Scholz hat gesagt, ey, alle in Hamburg, verkauft mal eure BMW-Aktien. Die gehen jetzt runter. Dann wurde Bayern gar nicht überflutet und die gehen trotzdem runter. Weil ja, du verkaufst dann. Ey, das wäre ja Quatsch. Gut. Also es ist halt mega kompliziert. Ich probier's nochmal hinzukriegen. Ähm, du verkaufst deine Aktie vor der Dividendenausschüttung und kaufst sie danach wieder ein. Und dadurch kriegst du eine Steuerrückzahlung für Steuern, die du nie gezahlt hast. Ganz grob erklärt. Mhm. Und das haben viele Firmen halt als Modell gemacht. Da sehr viel Geld mitgemacht. Dadurch, dass die sich wirklich einfach nur Steuern zurückgeholt haben, die nie eingezahlt wurden, weil das System halt kaputt ist an der Stelle. Und das kann man natürlich politisch unterbinden, indem man das System repariert und es wurde nicht gemacht. Ich hab wohl Scholz das wusste. Ganz grob gesagt. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Und das war das. Mhm. Aber der muss ja trotzdem noch irgendwie einen Vorteil davon gehabt haben, sonst hätte er's doch gefixt, oder? Naja, gut. Hätte er das nicht selber gemacht? Er hatte sicherlich, ob er einen Vorteil davon hatte, ist ja eine Mutmaßung. Mhm. Naja. Und das er damit zu tun hat, ist eigentlich auch eine Mutmaßung. Aber warum sollte man sowas machen, wenn man keinen Vorteil davon hat? Insofern liegt das nahe. Schön. Da wir das jetzt geklärt haben, Tino. Was hast du noch für ein Thema für letzte Woche? Noch mehr Wirtschaft? Nö. Was auch immer du hast. Wir können über diese Gasumlage sprechen, die die gerade eingebaut hat. Ja, die Gasumlage. Ja, alle betrifft tatsächlich. Es soll ja diese Entlastung geben für die normalen Bürgerinnen und Bürger. Bin ich normal? Ja, geht so. Ich weiß nicht genau. Du kriegst ja trotzdem Rückzahlung dieses Jahr. Wir wissen ja, wie das hier bei dir in der Wohnung läuft. Also, ich hab die Heizung nie an. Nehmt euch ein Beispiel. Du Sparfuchs, aber ich auch sehr. Ich hab noch vor dem Ukraine-Krieg für die Ukraine meine Heizung ausgelassen. Sehr gut. Jedenfalls ist es doch jetzt so, dass wir, dass Menschen über die Einkommenssteuer quasi 300 Euro ungefähr bekommen. Etwa als Ausgleich. Und es wurde auch gefordert. Ich krieg die auch, wenn ich keine Steuern zahle. Das weiß ich halt nicht genau, wie es bei Selbstständigen ist. Das ist halt schlecht, ne? Auch Rentner und Rentnerinnen bekommen nicht. Also, wenn ich so arm bin, dass ich eh keine Steuern zahle, krieg ich trotzdem 300 Euro. Du brauchst, du musst quasi im September oder so nur einen Tag einen Minijob haben, dann kriegst du auch dieses Geld. Und ich glaub, BAföG-Empfänger kriegen ein bisschen weniger, aber die kriegen es halt über BAföG halt einfach zurück. Genau. Irgendwann, das hieß glaube ich August, noch ist es nicht drinnen. Aber mal gucken, wenn da ist, freu ich mich. Und Selbstständige bekommen irgendwie Steuern oder Freibeträge und Steuerentlastungen und so weiter. Und das hat noch nicht gereicht. Und jetzt wollen sie, wie war das denn, den großen Ölfirmen quasi, die entlasten in der Hoffnung, dass diese Einsparungen an die Verbraucher weitergeben. Das wird doch wieder nicht passieren. Das ist an Naivität nicht zu überbieten. Die Gasumlage, das war doch eigentlich, dass die, also wenn ich jetzt einen Anbieter habe, einen Gasanbieter und bei dem einen Vertrag habe und der mir halt Gas gibt. So habe ich es verstanden. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Und der muss natürlich Gas teurer einkaufen. Genau. Und dadurch, dass er das Gas teurer einkauft, natürlich höhere Kosten. Und die können auf den Kunden, nämlich mich, als Endverbraucher umgelegt werden. Das ist natürlich, mein Gasanbieter ist ja kein Ölkonzern. Nee, Ölkonzern nicht. Aber diese Anbieter und Konzern, das spielt ja so eine Rolle mit den Verkaufsketten. Ja, 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 genau. Und damit die nicht pleite gehen und dann der ganze Markt zusammenbricht, gibt es diese Umlage. Und dann hieß es, die Regierung, ja sorry für die Umlage, aber wir sind so nice, wir heben keine Steuern, weil wir ja assi. Und dann sagt die EU so, nee doch, so habe ich es verstanden. Ja, und die wollen doch jetzt auch diese Mehrwertsteuer einfach senken für das Öl. Genau, das könnte eine, das ist ja eine potenzielle Lösung für das Problem, das die EU sagt, geht nicht. Hoffentlich. Das ist gerade so dieses Thema, dass echt keiner weiß, was passieren wird nächstes Jahr. Also manche berechnen ja, dass man dreimal so viel bezahlen muss für seine Energie, für das Öl und so weiter. Na, ich mache einfach Lagerfeuer bei mir in der Wohnung. Warum nicht? Wirklich. Du kannst ja den Leichnam von dem 16-Jährigen verbrennen. Weiß ich jetzt nicht. Weiß nicht, Puder, weiß nicht. Weiß nicht. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Wer hat noch den Running-Gag aufgemacht, dass das in deiner Wohnung passiert ist. Mein Gott. Robin, das ist ganz schön rassistisch, was du hier anpasst. Hä, das hat doch mit Rassismus nichts. Das darfst du nicht entscheiden, Robin. Du weißt jetzt. Das ist komplette ausländerfeindliche Scheiße, die du hier anpasst. Das wusste ich bis eben gar nicht, dass das ein Rassist... Es ist in Dortmund Nord. Ich bin der einzige Deutsche, der da lebt. Der Skandal-Podcast, liebe Leute. Nun. Bitte nicht cancel. Wo wir gerade bei Nicht-Skandalen sind. Rick Astley. Rick Astley, ja. Weil wir sind ja Brennpunkt Internet, nicht Brennpunkt Cum-Ex. So. Rick Astley hat nämlich ein sehr virales Video veröffentlicht. Beziehungsweise... Ich war ein bisschen enttäuscht. Am Ende stellt sich heraus, es ist natürlich wieder eine Werbung für was. Es ist eine Werbung, ja. Und Rick Astley hat sein legendäres Video, Never Gonna Give You Up, zumindest eine Minute davon, nachgestellt. Und in der heutigen Zeit quasi, wie er jetzt so aussieht. Kaum verändert. Kaum verändert, ja. Mir ist aufgefallen, er schaut halt wie Dorfuchs. In einem Frame. Nee, in mehreren Frames. Drei. Der hat nicht ganz so sinnliche, volle Lippen wie Dorfuchs. Aber den kennst du doch, oder? Diesen Mathe-Song-Typen. Nee. Hä? Kennst du den nicht? Den Polynom-Division-Song? Ich kenne den Mathe-Song von Jack Black, aber das kenne ich nicht. Uff. Wie hast du dir damals die PQ-Formel gemerkt? YouTube. Ich habe das ganz oft angeguckt, bis ich es drauf hatte. Du kennst nicht den PQ-Formel-Song? Nee. Aber du kennst... Gott will, dass jeder gerettet ist. Sollen wir ihn kurz ansingen? Die Bibel? Nee, den kenne ich glaube ich auch nicht. Welchen Mathe-Song kennst du vom Fuchs? Gar keinen. Sollen wir ihn kurz ansingen? Du hast doch letzte Woche Fuchs gesuchtet. Hast du Fuchs gesucht? Aber nicht genug. Nur ein Refrain. Gott will, dass jeder gerettet wird. X ist minus P halbe plus minus die Wurzel aus. X. Pi halbe ins Quadrat minus Q. X. Er ist gelogen. Kennst du den nicht? Nee, noch nie. Er hat nie gelebt, Alter. Ohne Scheiß. Wo verbringst du den Gewürz im Keller? Auf der Straße damals. Der hat auch bei der Millionärswahl mitgemacht. Ja. Der war mal in der dritten Folge. Bzw. dritten bis dritten Folge. Ah, keine Ahnung. Ja. Das weiß ich nicht. Ich kenne den Mathe-Song aus School of Rock. Der ist großartig. Okay. Ja. Okay, klasse. Könnt ihr gerne noch googlen. Ah. Ja. Ja, tut mir leid, alle Fans von Dorf Huchs, dass sie jetzt so schwer enttäuscht sind von Tino. Wir werden auf jeden Fall, nachdem der Podcast zu Ende ist, ihm schelte hier. Schande. Schande. Ja. Ja. Aber auch eine News zu Dorf Huchs, der ist jetzt auch Kommerz. Ja. Und zwar hat er jetzt, macht manchmal auch so ein Nachrechnungsvideo oder so, Videos über mathematische Rätsel ohne Songs. Und der hat jetzt berechnet, wie wahrscheinlich ist, dass wenn man in den MSCI World ETF, wenn man den kauft, dass man Gewinne macht in einem Jahr. Mhm. Und das war natürlich ein Product Placement für irgendeine Trading-Seite. Und das fand ich schon, also dafür gibt es auf jeden Fall den Fail der Woche. Ja. Aber, also es war schon gekennzeichnet. Absolut. Natürlich, selbstverständlich. Aber, also... Es gibt echt so YouTuber, die haben die ganze Zeit oben so ein Hashtag Werbung oben. Das ganze Video über, obwohl da eigentlich gar keine Werbung drin ist. Ich finde das echt nicht so geil. Ich finde das am besten gelöst bei den Leuten, die quasi im Video sich so ein Character erschaffen, der dann quasi die Werbung vorträgt, um das ein bisschen von der Privatperson zu distanzieren. Weißt du? Stimmt. Hey Leute, ich bin der Olaf und wisst ihr, was besonders gut ist? Und dann halt. Weißt du? Aber andere Product Placements von Fuchs, der hat über, ich glaube, über NordVPN, hat der wirklich einen Rap gemacht. Das fand ich, das war eine der wenigen NordVPN-Werbungen, die ich gut fand. Ja. Jetzt habe ich natürlich, es gibt auch andere VPN, ne? Ich sag's nur. Die sicherlich auch billiger sind, weil die nicht... Und DuckiDuck oder wie das heißt. Andere VPN sind mit Sicherheit auch günstiger, weil die halt nicht ganze Zeit für Werbung Geld ausgeben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich nutze diese Lösung nicht. Ich hatte jetzt, ich hatte Mozilla VPN mal für ein Jahr so als Test und weiß nicht, was bringt das eigentlich? Also klar, dann wird es verstößt wird so ein bisschen. Also technisch gesehen, ich bin ja nicht der größte Computer-Crack, aber ich krieg immer wieder mit, dass es eigentlich jetzt Anonymität nicht wirklich, also das schützt sich da nicht wirklich, wenn irgendwie jetzt die Polizei das erfragen würde, dann wird es trotzdem... Also es ist halt für... Ja. Also eigentlich ist der Hauptnutzen für regionlockte Sachen. So wenn du jetzt irgendwie im amerikanischen Netflix was siehst, was im deutschen nicht ist, dann kannst du es halt nutzen. Aber so richtig, wenn du jetzt dich da mit einem anderen IP reinballerst und dann dir irgendwelche Schlachtvideos von kleinen schädeldeckenlosen Kinder anguckst, dann ist das trotzdem irgendwo registriert. Weißt du? Ah, okay. Also es ist halt mehr Arbeit, sag ich mal für die Presenter. Du bist halt nicht komplett unsichtbar. Ja, du kannst es halt natürlich rekursiv verschachteln sozusagen, dass du sagst, okay, ich fragte einen Server in China, der fragte einen Server in Russland, der fragte einen Server sonst wo an... Und dann hast du halt so eine riesige Kette und das zu ermitteln dauert halt lange. Und bis dahin bist du halt außer Lande, bis die Polizei das rauskriegt. Aber das macht ja VPN, dort VPN nicht. Ja, machen das die Behörden auch. Also machen die das auch, dass sie diese Kette nachverfolgen. Wenn sie wissen, hier ist eine Kinderporno-Seite oder eine Waffenbestellungsseite, da hat jemand VPN benutzt, dann machen die das auch diesen Aufwand oder sagen die sich... Lohnt sich nicht. Ach, der hat nur 5 Kinderpornos geguckt, das lohnt sich nicht. Weiß ich ja nicht. Bei 6... Ich glaub das hängt wirklich von der Schwere der Tat ab. Mhm. Also es ist ja dasselbe wie mit so illegalen Downloads. Also einen Hennemont Hennemontenna-Film runtergeladen. Oh Gott, Alter. Hand ihn down. Ja. Schlimm. Eigentlich ging es um Rick Astley. Also der hat auf jeden Fall den Win der Woche. Ja auf jeden Fall. Der literally virale Hitler, denn also der ist ja ungefähr so bekannt wie Hitler mittlerweile durch diesen einen Song. Ja. Und auch wenn es eine Werbung ist, es hat Millionen, Milliarden von Views und es war schon auch cool zu sehen. Da hat auch noch mehr geile Songs. Ich hab mir mal so einen Live-Missioned angeschaut, so 3-4 Songs. Das sind alles gute Songs eigentlich, den der da so hat. Ja, der kann auch einfach gut singen. Ich finde schon. Hat sich grad jemand im Chat gewünscht, schräg mit der dummen Stimme. Oder was? Nee. Rick Astley, you're never gonna give you a... Achso. Okay. Das stimmt. Und auch Christina Aguilera. Oder ist es Shakira, die so singt manchmal. Bei Shakira mag ich das noch. Aber wenn es zu viel ist wie bei Anastasia, da finde ich es fürchterlich. Hä? Die hat doch... Ah! 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 Die hat auch diesen, als hätte sie Schleim auf dem Stimmband. Ach stimmt! Stimmt! Manchmal so ein bisschen... Heiß gegessen! Stimmt! Das ist ekelhaft. Freibeißenstimme. Aber von der höre ich auch nichts mehr. Shakira ist irgendwie die erfolgreichste Popfrau der Welt. Anastasia ist irgendwie raus. Leider. Ich mach die immer sehr gerne. Ne, ich wurde zu Recht wegen ihrer Stimme. Wurde rausgebobbt. Hm. Stressi ist meine Popfrau. Oh! Danke! Achso, ich hab gar nicht nach Themen geschaut, ob ich noch irgendwas habe, was Spannendes. Na, wir haben ganz viel noch, weil Herr Rodos kann uns das jetzt sagen. Ich hab mir nur die Überschrift aufgeschrieben und dachte, der macht das schon. Okay. Starlink wurde gehackt von irgendeinem Typ mit so einem Homemade-Device. Nicht mitbekommen. Tja, schade. Aber wie krass denn? Ach, ich raus, der ist jetzt Star ungelinkt. Hat die Links weggemacht und jetzt ist es nur noch Stars. Ich weiß es nicht. Ich hab, wie gesagt, nur die Überschrift aufgeschrieben. Ich hab die News nicht bekommen. Hab's. Kam nicht an die Mail. Okay. Schade. Bin ich im Verteiler. Ich kann's ja mal, ich guck mal in mein Telefon rein, mal gucken, was ich da finde. Okay. Ansonsten, Eldrigen wurde 17 Millionen mal verkauft in 6 Monaten. Wow, krass. Hast du eine Kopie davon von diesen 17 Millionen? Ich weiß nicht, was es ist, aber... Also, Tino, wir haben jetzt schon öfter hier über Elden Ring gesprochen. Weißt du, es sind immer so Sachen so, es sind auch komische Spielennamen, die ich alle nicht kenne. Ich kann die doch nicht alle merken. Oder zuordnen. Du kennst Elden Ring. Ich kenne es, ja. Das ist ein Spiel bestimmt, oder? Das ist tatsächlich ein Spiel, wie ich auch, glaube ich, bereits gesagt habe. Schick mal den Artikel, bitte. Muss ich gucken. Ähm, der, das ist... Sag mal kurz, was das ist, dann schick ich, Herr Rodis, den Artikel. Machst du erklären, was Elden Ring ist? Nein, du? Hallo? Achso. Also ja, du kannst natürlich auch, ich verbiete das nicht, aber... Ich versuche es, du kannst mich ergänzen. Genau, so können wir das machen. Elden Ring, da geht es um einen Ring auf jeden Fall. Und zwar aber nicht einen Ring zum anstecken, wie bei Herr der Ringe, sondern da geht es eher um so einen Orden quasi, so einen Ring. Ne, um so einen Boxring. Das kennst du. Wrestling Ring kenn ich. Ja, ja, ja. Wrestling Boxen als eins. Ah, das ist also eine Wrestling Liga, Elden Ring quasi, und das sind so Elfen, die sich bekämpfen. So alte Elfen. Die Wrestling Ring, Wrestling Wacken. Warum gibt es sieben Teile? Nein, also einen Teil und der wurde 17 Mal verkauft. Achso. 17 Millionen Mal. Okay. 17 Mal. War ich nah dran? Die Entwickler haben sich umgebracht wegen dem Verkaufsteil. War ich nah dran? Es waren Aspekte dabei. Okay. Ist ein Spiel, stimmt schon mal. Sehr gut. Nein, du kennst doch die Dark Souls, Demon's Souls. Vom Namen, ja. Das war jetzt einfach der neueste Teil dieser Reihe. Achso. Das ist ja der größte Hype. Also so, was Neue, Neue in Anführungsstrichen Genres angeht. Egal. Das ist doch schön. Das wollte ich nur erwähnen, weil das hat einfach eine sehr breite Fanbase. Und gerade im Internet wird es... Hast du dir gerade Fett genannt? Es war, ja, Fettbase, habe ich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ne, das war letzte Woche mit Herodes. Da habe ich halt auch gesagt, dass das absurd ist, wie schnell dort irgendwelche krassen Secrets gefunden werden in diesem Spiel. Wo du irgendwo an eine ganz random Wand schlägst du und dann zerbricht die Out. Du musst, glaube ich, auch mehrfach davor schlagen oder so. Und das wird halt instant gefunden innerhalb dieser sechs Monate. Und was wir halt hatten bei Super Punch Out, wird halt nach 28 Jahren was gefunden. Naja. Krass, krass. So. Was nicht stattfinden wird, ist das Rammstein-Konzert an Silvester, was geplant war. Na, da hatten wir ja zum Glück gestern ein bisschen. Ich glaube, in München. Genau, ein bisschen Rammstein, stimmt. Die Herodes haben ganz kurz... Was war das für ein Song? Unrockbar. Unrockbar. Eine Rammstein-Version und Billie Eilish-Version angespielt. Sehr witzig. Jedenfalls hatte Rammstein geplant, ein Silvester-Konzert zu veranstalten in München. Und alle waren schon voll gehypt. Geil. Und dann haben sie erfahren, dass Bayern überflutet wird. Genau. Ne, es war so, dass der Stadtrat wohl irgendwie ganz komische Auflagen gesetzt hat und die konnten sie nicht erfüllen, deswegen haben wir auch gesagt... Ihr dürft jetzt kein Feuer mehr machen bei Rammstein und ihr dürft keine Tiere mehr hinrichten. Das machen die gar nicht. Na klar machen die. Das sind doch alle Satanisten. Das war Aussie Osborn, der das gemacht hat. Achso. Der hat eine Fledermaus geköpft auf der Bühne. Mit dem Kopf... äh, abgebissen so. Mit dem Kopf geköpft. Mit dem Kopf abgeköpft. Boom, boom. Ne, voll sad. Also ich wollte mir Karten holen. Hm. Werden die nicht eh schon längst vergeben? Ne, die hatten sie ja noch nicht quasi offiziell gemacht. Es war nur, wir planen das. Alright. Bald ist Vorverkauf. Dann gab's keinen Vorverkauf. Voll sad. Hammer, man. Für alle Rammstein-Fans da draußen. Und hier drinnen. Das mit dem Bayern-Flut-Ding habe ich übrigens von Kachelmann-Wetter. Ein guter Mann. Um den nochmal reinzubringen. Also ich habe jetzt in einer Minute kurz das überflogen und das wäre nicht gut, wenn man das hacken könnte. Mhm. Weil natürlich das ist so ziemlich das ukrainische Internet, was noch übrig ist. Mhm. Und wenn Russland das natürlich auch kaputt kriegt, wäre das schlecht. Mhm. Okay. Deshalb wäre gut, wenn Starlink hack-up-proof ist. Insbesondere mit 25 Euro Devices, weil ich glaube, so viel Geld haben die Russen noch. Meinst du? Gerade noch so. Na gut. Wie viel Rupe sind das? 3 Milliarden? Ich weiß gar nicht, ja. Ungefähr, ja. Der Kurs schwank ein bisschen, aber ja. Ja. Cool. Ähm. Wo wir vorhin bei Frankreich waren. Aber das heißt, wenn du Expertenmeinungen gehackt werden ist nicht so gut. Dankeschön. Dafür habe ich 5 Jahre studiert. Dafür habe ich 5 Jahre studiert. Ich bin nächster hier die IT-Expertise eingeflogen, um euch das hier ordentlich einordnen zu können, liebe Zuhörer. Äh, ja geil. Ich hoffe übrigens, der Sound war die Folge in Ordnung. Ja. Ich weiß, dass ich hier in dieser Ecke sitzend wahrscheinlich ein bisschen komisch geklungen habe. Ist schon zu Ende, ne? Ne, es sind noch 10-15 Minuten, aber ich habe extra meine Jacke über die Gitarre gehangen, dass das so dämpft. Das ist ein professionelles Tonstudio hier. Bullshit. Was denn? Okay. Das ist ein Klangkörper. Das ist ein Korpus. Und das drückst du im Zimmer die ganze Zeit, äh, Klangkörper von den Mitbewohnern klingt, ist kein Korpus. Ne, das ist weiter weg. Das ist ja hier sensibler. Ja, das geht. Ja, dann mach jetzt eine Meldung. Ja, in Frankreich ist nämlich die Wasserknappheit so schlimm, weil wir unsere Lösung mit Nord Stream und so noch nicht präsentiert haben, dass die sparen müssen. Ja. Nein. Wasser. Was? Die dürfen nur begrenzt Wasser nutzen. Ich weiß nicht, ob das auch legit war, weil das habe ich irgendwie nur an einer Stelle gelesen, dass die nur einmal am Tag spülen dürfen, bei einem Klo. Also in den ganz schlimmen Gegenden halt, wo es halt wirklich krass ist. Aber Golfkurse dürfen weiter ihren 3 Milliarden Hektar Dings, die Wiese besprengen. Na klar, die schimmelt ja sonst. Du könnt doch in die Löcher reinscheißen. Ja, aber vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn die Wiese halt schimmelt und stattdessen halt Leute nicht voraus kommen. Das Gras muss weich sein. Wir willst nur auf so verrottetem Gras Golf spielen. Das stimmt. Das wäre die Herausforderung. Das ist viel zu schwierig, wenn die Leute dann da kommen und dann, dann ist ja auch der Ball, der bewegt sich nicht mehr gleichmäßig. Das ist ja dann unangenehm. Das stimmt. Aber manchmal muss ich beim Klo, und das ist jetzt eine wichtige Info, wenn ich so kakieren war, sag ich mal, dann ist nach einmal spülen noch die ganze Situation noch nicht ganz dort, wo sie hin muss. Sondern es steckt quasi noch im... Ach hei, es geht gerade um Verstopfung im Klo, wenn man es so großen Haufen gesetzt hat. Und das Klo hat quasi noch nicht abgeschluckt. Abgeschluckt. Und da muss man manchmal nochmal drücken. Da kannst du, aber vorher kannst du, das ist relativ guter Lifehack, du kannst vorher, wenn die Wurst da so liegt, langst du einfach mit der Hand dahin und schiebst die schon mal hinter. Dann hat die es nicht mehr so weit. Das machen doch alle. Ja. Na ihr nicht, oder was? Das spart Wasser. Aber auch, also nicht zu wenig spülen, weil das ist dann auch wieder schlecht für die Kanalisation. Nicht, dass da irgendeine Verstopfung entsteht. Ja, aber ich mache es wie alle in Dortmund, ich kacke einfach auf die Straße, das wäre natürlich das Wassersparendste. Ich kenne noch diesen Lifehack, um die Klubbürste nicht benutzen zu müssen, dass man so ein bisschen Papier irgendwie an den Rand von, mach ich nicht, habe ich mal gehört. Hey, aber du musst doch nicht an den Rand kacken, du kackst da in die Mitte, um das Wasser kackst. Genau. Manchmal kann das ja auch irgendwie so an das Porzellan quasi gehen und dann hast du da so einen Streifen, wo du den Klubbürste weg machen. Das kannst du ja sparen und da auf Papier drum. Also Strassi, du musst dir jetzt echt die Ohren zu halten. Mach das bitte. Aber der einzige Lifehack ist doch, dass man das mit dem, also beim nächsten Mal, wenn man das Klo benutzt, mit dem Urinstrahl so weg säubert. Das kann man als Single bestimmt machen. Als Mensch mit Penis alleine lebt und du in einer Beziehung bist mit einer anderen Person oder in einer WG lebst, würde ich meinen Kackstreifen nicht da einfach lassen, wo er ist. Aber das Ding ist, wenn du den Kackstreifen da lässt und immer da lässt und dann irgendwann quasi alles braun ist, dann fällt nicht mehr auf, wenn ein neuer dazukommt. Gleich ein braunes Klo kaufen. Oder so. Und dass das Wasser nicht hochspritzt, das kenne ich auch. Wären die Themen eigentlich gerade dünner oder was passiert hier? Ich finde, dass der Ausscheidungsvorgang... Nein, 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 die Zuschauer, die waren das Wissen. Von den Zuschauern vor allem, die uns hier zusehen gerade live. Ja. Und ich meine, ich kenne auch das Phänomen, dass es immer, wenn du gerade... Zuschauerbrief hatten wir immer, ne? Das war das Ding. Ja, genau. Wo es ewig gelautet, bis dann klar wurde. Ja klar, ist dann völlig bullshit. Wenn du Papier reinmachst, damit du halt nicht hochspritzt, ne? Ja, das ist wirklich wichtig. Das ist ein Ding, das stimmt. Hm. Gut. Als Tipp für euch da draußen. Wenn ihr gerade Podcast beim Kacken hört... Ist es zu spät, ihr müsst das vorher reinmachen. Genau vorher. Das Gute ist, euren Notdorft könntet ihr dann auch nicht mehr in die Löcher bei diesen Golfkursen machen, weil die wurden von Klimaaktivisten zu betoniert. Als Protestaktion. Als Protestaktion. Hätte man wahrscheinlich auch machen. Wäre cooler gewesen. Das Problem dabei ist, dass das eh relativ schnell neu gemacht ist, so ein Loch. Und dass das eh irgendwie alle paar Tage auch passiert, um den Kurs irgendwie... Weißt du, dass nicht eine Stelle immer abgenutzter wird und so. Aber trotzdem, da muss man jetzt nur sagen, Golfkurs ist halt schon sehr viel wichtiger als die Privatperson, die am vordersten ist. Systemrelevant quasi, ne? Ja. Golf spielen zu können. Wir haben ja doch damals auch bei Corona für die ganzen Golfkursbetreiber geklatscht. Stimmt. Ich erinnere mich dran. Ja. War mir sehr wichtig. Ist eine nette Aktion, sehe ich mich auch. Jetzt eigentlich mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mal... Stell dir das jetzt mal als Video vor, so hey, hallo, ich will jetzt mal hier was bewegen und dann fahre ich zu Nestlé. Ja. Die sind in, ich weiß gar nicht, Frankfurt, glaube ich, haben die ihren Hauptsitz in Deutschland. Da wurde tatsächlich auch 1800 und das allererste Nestlé Produkt hergestellt. Mhm. Und da könnte ich zum Headquarter gehen und dann habe ich zum Beispiel so eine Priesterrobe an und scheiß da hin und steck einen Zettel in die Wurst rein, wo dann auch steht hier, es geht nicht an die arme Putzfrau, Putzmann, die das jetzt hier wegmachen muss. Lass einfach liegen. Mhm. Und ich glaube, das wird dann trotzdem das Putzpersonal machen müssen. Ja, und du bringst die dann in Schwierigkeiten, weil du musst das ja wegmachen. Aber man meint ja nicht, dass das erstmal eine schöne Sache wäre oder so. Wäre lustig, aber ich glaube, es gibt ja auch... Also stell dir das Video vor, wie so eine versteckte Kamera an der Seite gefilmt ist, wie da so ein Typ in so einer Priesterrobe sich auf den Boden setzt und da einfach so eine Minute chillt. Oh, das Fähnchen sagt, das darf die Putzfrau nicht wegmachen. Dann steht er auf. Dann müssen wir den Chef jetzt rufen. Dann kommt der CEO hier, der Klaus Dieter und macht das dann... Nee, es geht ja auch darum, dass das dann halt ein virales Ding wird, so. Weißt du? Und dann sagen die Leute, oh, das ist gut. Wir kaufen nicht mehr bei Nestle. Das Ding bei Nestle kaufen und ich glaube, das ist wichtiger. Ich weiß, ich kenne die Richtung, die du möchtest. Du weißt, ich bin da nicht... Ich weiß, ich weiß, du scheißt gerne immer irgendwie. Ich weiß, du weißt auch, dass ich da nicht einer Meinung bin. Aber was ich immer sehr, sehr wichtig finde, zum Beispiel die Leute sagen, Alter, Felix Katzenfutter, Wagner Pizza, das ist auch alles Nestle. Und das wissen viele nicht. Und ich finde, das ist... Ah, das steht ja auf der Packung drauf. Ja, aber musst du die umdrehen und hinten ist da so ein kleines Ferk mit diesen scheiß Nestle-Vögeln da. Da guckst du nicht sofort drauf. Und es passiert mir hin und wieder wirklich, dass ich mir irgendwas kaufe. Hab ich lange nicht mehr gekauft und dann so... Ach, scheiße. Das kann passieren, ja. Also bewegen, weil viele Leute sagen ja, Nestle ist wirklich scheiße. Dann kann ich ja noch eine zweite Fahne aus der Produkte aufgelistet. So nämlich. Dann treffen wir uns doch in der Mitte. Dann musst du aber zwei Haufen machen. Musst du gucken, dass du in der Mitte abknipst. Oder ich hab noch einen vom Tag davor dabei, den ich da einfach ablege. Ja. Auch gut. Oder du machst den Haufen auf Backpapier. Da kann man den leichter entsorgen. Bewertet. Bewertetechnik. Kackt vor die Nestle-Filiale. Nicht. Ne, rein halt. So rein von... Gibt's ja bestimmt hier so ein... Foyer. Hm? Wir haben das gleiche gesagt, ja. Schön. Hat mir gefallen. Nur für euch Fans. 170. Folge. Woop. 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 Apropos Scheißhaufen. Trump. Was habt ihr besprochen letzte Woche über ihn? Ja, das war noch ganz frisch, dass das Mar-a-Lago geradet wurde vom FBI. Aber interessant ist, dass innerhalb von wenigen Tagen, also die haben sein Heim in Florida geradet und waren auf der Suche nach ganz wichtigen klassifizierten Dokumenten. Also nicht über Twitch geradet, sondern anders. Haben nicht Leute mitgebracht, die ihn sehen wollen, sondern Leute mitgebracht. Toll. Ja, Leute. Ich bin dann langsam müde. Ich lege mich wieder hin. Wie können wir den Raiden? Ah, hieß der Mann mit den blonden Haaren. Wie können wir den Raiden? Ja. Und dann steht da Trump da in seiner Florida-Residenz. Ah! Wie war er streamen? Was habt ihr Schönes gemacht? Genau, so war das. Und am Anfang hat er halt noch gesagt, das ist Schwachsinn, das ist ein Hoax. Da gibt's nichts. Was soll das? Das ist eine Witch Hunt. Solche Sachen. Und innerhalb von drei Tagen ist es über sehr, sehr viele Schritte, immer wieder den Goalpost verschieben und so nennt man das ja. Sehr, sehr viele Schritte ist es dann hingekommen zu, ich will meine Dokumente wieder. Am Anfang, da gibt es nichts. Und dann am Ende, ich will meine Dokumente zurück. Dazwischen war dann halt, da gibt es nichts. Dann war es, das FBI hat das da selber hingeplantet. Dann, okay, das waren meine, aber ich habe sie deklassifiziert. Dann, Obama hatte auch ganz viele Dokumente. Und dann, ich will meine Dokumente zurück. Und das innerhalb von so drei Tagen. Ja, großartig. Das ist sehr, sehr witzig. Es kamen dann auch viele Sachen, wie auch so, die er früher mal gesagt haben soll. Zum Beispiel, wenn das FBI einmal gegen dich ermittelt, sollst du nicht mehr Präsident werden dürfen und so weiter. Und wegen dieser Witch Hunt-Geschichte, ich habe auch gelesen, dass der FBI-Ermittler, der gegen ihn ermittelt, er hat ihn selber damals ins Amt geholt quasi. Ja, der Chef. Was ein bisschen dagegen spricht, dass er halt ein Trump-Gegner ist. Ja. Er macht einfach seinen Job, glaube ich. Der Chef vom FBI ist es, den hat er selber reingeholt. Ja. Ähm, yes. Jetzt muss wohl auch der Anwalt von... War es der Anwalt von Trump? Muss kurz nachlesen. Hat sich bekannt, der Ex-Finanzchef hat sich bekannt zu den Straftaten und sagt wohl jetzt auch gegen Trump aus und das wird richtig heftig. Es gab aber auch im Zuge dessen wieder die ganzen gestörten Follower von ihm, die halt sehr seltsame Sachen machen, wie zum Beispiel zum FBI-Hauptquartier gehen, bewaffnet und da protestieren. Also zwei sind auch gestorben dabei. Der eine wurde erschossen, der andere hat sich selbst erschossen. Der ist vor's Capitul gefahren mit dem Auto einfach in die Wand. Also das, was hier geratet wurde vor anderthalb Jahren. Mhm. Dieses große Gebäude. Stabil. Da ist er davor gefahren und hat sich dann in seinem Auto quasi für Trump erschossen, so als Protestaktion oder was auch immer. Da sollen sich viele Beispiele dran nehmen. Wir merken dies noch. Ja. Wo kommen wir hin? Wo sind wir angekommen? So follow your leader, ja. Also einfach mal in den Kopf schießen. Alter. Cool. Ja. Spannend. Ja, das ist ganz tragisch, aber irgendwie auch eine spannende Art des Protests, finde ich. Also ich finde Trump gut. Und ich finde, das sollten viele wirklich machen, dass die ihren Präsidenten der Art unterstützen. Ja, genau. Ja. Ich mach das auch dann auch irgendwann ganz bestimmt. Am Ende dann. Ich bin... Ja. Ihr zuerst. Ich mach, wenn ihr macht. Ja, aber in Amerika gab's auch einen kleinen Lichtblick. Das hab ich ja ohnehin auch schon geschickt. Das haben wir noch nicht gesehen, weil das Video war. Ja, das geht auch 20 Minuten. Das erklärt halt nur diesen neuen Bill, also ein neues großes Gesetz, was auch unter anderem sehr viel fürs Klima tun soll. Ist natürlich bei weitem noch nicht genug, aber es ist schön, dass das jetzt tatsächlich passiert und dass da zumindest so ein bisschen was in die richtige Richtung geht. Also die wollen zum Beispiel wieder ihre Mikrochips wollen sie lokal herstellen und nicht in Taiwan. Ja gut, das hat dann vielleicht auch nicht so viel mit dem Klimazip. Ja, ja, das ist ein großer Part, aber des Weiteren sollen natürlich Elektrovehicles gepusht werden und Solar und Windenergie ganz groß und so. Ja, also... Wir warten zu wenig und wir sind zu spät. Schön, freut mich, aber... Ciao. Anyways. Okay. War gut. Ich hab noch einen Downer für den Abschluss. Geil. Und zwar... Nicht mit einem Downer schließen. Achso, aber muss ich machen leider. Denn Frank Plasberg hört auf. Nicht Frank Plasberg. Hart aber fair. Nein. Doch, der wird ersetzt durch Louis Klamroth, den ich jetzt nicht kenne, aber... Ich kann doch Frank Plasfloth nicht. Frank Plasberg? Ja. Das ist der von Hart aber fair, der Moderator. Der mit der Brille der Kleine, der immer so ganz hart aber fair eingreift. Also ich kenn den. Hart aber fair, hart aber fair, hart aber fair. Ist das eine Talkshow? Ja. Genau. Aber ist nicht so geil. Das Imsen hier. Imsen. Äh... Welchen Sender läuft das? ARD, TTF? So eine Art. Überleitung. Habt ihr das mit RBB mitbekommen? ARD. Nein, erzähl mal. Ja, die Intendantin, die hat Quatsch gemacht. Die hat sich eine grüne selbst gießende Pflanzenraucher dahin gesetzt. Unfassbar, oder? Okay. Wie bewertet ihr die Woche? Nein, also wir haben ja schon genug über diese Gebührensache geredet in Podcasts. Da haben wir jetzt endlich mal einen schönen Beweis, dass die Scheiße die ganze Zeit verschwendet wird. Ja. Und dass sich das für 1861 keine Rechtfertigung gibt. Nein, also die Frage ist ja nicht, ob die gerne verschwendet werden, das sehe ich ja ähnlich, aber ich bin immer noch für das Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mal gucken, ob das jetzt nochmal überdacht wird, wie das alles am Ende gemacht wird. Es wird überdacht quasi, dass es nicht drauf regnet. Ja, und in der obersten Etage gibt es Mooswände, die sich selber gießen. Ist das nicht klasse? Und teure Böden und man kann mit dem Chauffeur überall hinfahren, obwohl es nicht für einen Job ist. Das ist klasse. Wenn ich groß bin, wäre ich auch mein Intendant. Ist halt so eine Sache. Auch mein Traum. Am Theater Intendant ist schon geil, glaube ich. Sorry. Du bist für das System, aber es gibt ganz viele tolle Systeme, die dann aber abused werden. Ja, das gibt es immer. Oder mit Florian Silbereisen vollgestopft. Ja gut, man kann so Schlagersendungen gerne auch dezimieren so ein bisschen, aber ich meine nur, insgesamt, dass es so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, das ist schon wichtig, finde ich. Wenn nur noch private Sender das sagen haben, das geht nicht gut. Ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Akzeptanz der Bevölkerung höher wäre, wenn die Beiträge niedriger wären. Zumindest so niedrig, dass man sagt, ja komm, ist jetzt auch egal. Von mir aus können die auch niedriger sein. Und vor allem, wenn man wirklich auch guckt, wenn man sagt, jemand ist Student und kriegt nicht mal BAföG, ja dann musst du ja bezahlen. Da musst du deine Ausbildung halt mal kurz abbrechen. Der BAföG musst du nicht bezahlen. Aber wenn du es nicht kriegst. Ach so, ja. Dann hast du ja theoretisch noch weniger Geld. Das ist bescheuert. Ich würde auch sagen, dass man, wenn man eine Ausbildung ist, nicht zahlen muss. Ja. Dass es überhaupt ein bisschen logischer ist. Also ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Es gab ja früher sogar, dass Blinde zahlen mussten, wenn auch nur die Hälfte. Gehörlose. Ich weiß nicht, ob es inzwischen sogar ist, dass sie nichts mehr zahlen. Es gibt auch Radio. Ist das so gewertet gewesen? Ja, Blinde die Hälfte, weil die können ja die Sendung noch hören. Ich glaube, das war so in der Art, dass zumindest dann nicht mehr nichts zahlen müssen, sondern halt weniger. Aber die profitieren ja auch insgesamt von dem Angebot, was es gibt. Es wird ja auch bezahlt, was für Redaktionen werden bezahlt, die Nachrichten machen. Aber wie wenig Blinde gibt es. Es wäre doch einfach tierisch sympathisch zu sagen, nee, jetzt halt nicht, meine Güte. Aber die müssen sich aber übernehmen wie die Arschlöcher, weil die das Gesetz auf ihrer Seite haben noch. Dann kriege ich ja rote Zettel in meine Bude. Ich habe es nämlich im Stream jetzt auch alles mal ausführlich erzählt, was das für eine Odyssee war die letzten Wochen. Ja, für einen Betrag, wo jetzt krasse Summen entstanden sind für einen Betrag, der längst bezahlt ist von dir und damals halt bezahlt worden. Und ja, es ist halt hier so eine Summe und dann steht der Gerichtsvollzieher hier jede Woche bei mir vor der Tür. Dann schreibe ich dir an und sage hier, das ist bezahlt, macht mir was. Ja, das ist in Bearbeitung, es dauert bla bla bla. Und der Typ kommt jede Woche, kommt da wieder und klingelt mich um acht aus dem Schlaf. Und dann steht er auf diesen Briefen, wenn sie dich sofort bezahlen, wir haben sofort die Maßnahmen mit freundlichen Grüßen. Richtig schön. Ja, und das nehmen die sich halt raus. Aber gut, wir hatten uns dazu schon geäußert. Es gibt einen GEZ-Podcast, ne? Den gibt es. Den wir gemacht haben. Aber wenn du sagst Downer, dann mache ich noch einen kleinen Upper. Ja, einen Upper. Spanien hat ja hier dieses tolle... Was hast du? Es ist keine Reichensteuer. Es ist eine Gewinnüberschusssteuer. Eine Gewinnüberschusssteuer um ein komplett gratis ÖPNV. ÖPNV quasi. Ich dachte ja an so eine unverbindliche Preisempfehlung. Genau. Komplett gratis. Ja, zu finanzieren. Da ist in Spanien immer wieder voraus mit ihren Maßnahmen. Super. Vielleicht ist ja das das Modell für nach dem neuen Euro-Ticket, was ich jetzt auch die Tage noch mal ordentlich abusen werde. Ja. Aber die Bahnpreise werden jetzt wieder richtig steigen nach dem neuen Euro-Ticket. War super. Aber, ja. Abläuft da. Also Leute, kauft euch ein Benzinauto oder einen Diesel. Dann werdet ihr günstiger fahren als mit der Bahn. SUV auch bitte zulegen. Am besten gleich drei pro Kind. Also ich als Autofahrer finde SUVs, also wenn ich Autofahrer finde ich SUVs auch dann scheiße. Also mach das mal nicht. Gut. Das war auch grad ironisch. Du bist gar nicht für SUVs. Alter, jetzt habe ich gute Laune. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Okay, was geben wir denn den Euro kritisch betrachtet? 170. 170. Von 10. Ja. Okay. Deal. Es ist so viel passiert irgendwie. Ja gut, diese Dürre-Geschichten auch. Das sind so ganze Flüsse, also der Rhein ist ja teilweise ausgetrocknet, wo dann auch diese Hungersteine hervorgetreten sind. Das ganze Wasser ist aus dem Rhein raus. Ja, Rhein raus. Haben wir gar nicht besprochen, das Thema. Doch, letzte Woche. Hast du nicht zugehört? Achso, nee. Ich habe angemacht, aber nicht zugehört. Aber ich glaube, wir haben nicht besprochen, dass da so ein Stein zu sehen ist, oder? Der Hungerstein, ja. Wenn ihr das seht, dann weine oder sowas. Genau. Was steht da drauf? Ihr werdet weinen. Was steht da drauf? So eine Art. Naja, das ist halt scheiße. Also irgendein 100 Jahre alter Stein, der halt die ganze Zeit nicht... Wenn ihr das seht, dann werdet ihr weinen, so in dem Wort laut. Ja, halt doch. Seht ihr diesen Stein, dann werdet ihr weinen, denn ihr dürft nicht mehr spülen in eure Toilette rein. Rammstein. Rammstein steht da drauf. Okay. Ja. Hat Sil damals verpasst. Was geht denn jeder Woche? Also 170 ist ein bisschen hochgegriffen. 170, ja. Ich finde auch 7, glaube ich, noch relativ hoch. Oder? Mach mal 5. Ich hätte eine 6 gesagt, aber ich glaube, mit 5 voll okay. Ja, mach mal 5. Auch fair. 5. Ist die gefühlte Note. Ja. Ihr müsst noch die Playlist erweitern. Das stimmt, das haben wir auch letzte Woche nicht gehört. Hast du die jetzt mal reingemacht in dieses Linktree-Ding da? Ne, den hab ich noch nicht gemacht. Mach das mal, weil dann ist es sehr praktisch. Dann poste ich aber auch immer den Linktree da mit rein. Ich möchte anfangen mit meinem Song. Und zwar war ich ja auf dem Fernmannsfest in Hannover. Mhm. Und da haben Ruskaya gespielt. Ruskaya ist halt so ein Trompeten-Rockbad irgendwie. Und die haben einen Song, den ich noch gar nicht kannte vorher. Und der ist von Falco von Rockman-Madeus gebeitet. Musikalisch recht heftig. Der heißt Here is the News, Propaganda. Den ruhig in die Playlist rein. Und gönnt euch vorher mal Amadeus von Falco und danach diesen Song. Here is the News, Propaganda, Propaganda. Here is the News, Propaganda. Ach krass. Sie haben nie gehört und ich wusste schon, wie es schon geht. Klasse. Klingt genau so. Hier, Brennholz-Untermusik. Also Ruskaya mit Here is the News kommt von mir. Okay. Für mich ist die Frage, dürfen wir jetzt hier alle? Alle? Ich würde sagen, alle ein Song, würde ich sagen, ja. Weil dann würde ich erstmal, du sagst mir einen Genre. Dann sage ich dir einen Song, wenn die beiden einen Song gesagt haben. Ach so, okay. Ich sage Schlager. Ach du Scheiße. Wir müssen auch Schlager machen, oder? Nee, nee. Das will er ja haben. Also es muss auf Spotty Fetus sein. Genau. Dann ist es selbstverständlich kein Brut von Tronimal. Wenn es das auf Spotty Fetus gibt. Ich glaube aber, das gab es auf Spotty Fetus. Kein Blut. Gibt es ein paar Songs von Eisbrecher. Und Maurus Ronner. Ich gebe noch Tronimal einen dazu. Ja. Der ist ja so ein Underground-Künstler. Ich dachte, wir nehmen da Underground-Sachen. Nö. Alles. Er hat ein Album oben. Was war denn da alles drauf? Tronimal. Ich hab ihn hier gerade aufgenommen. So, jetzt gucken wir mal. Was hat er denn hier? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Was ist ein letztes Album? Ach, da ist das wahrscheinlich gar nicht drauf. Wenn wir weiter. Weiter. Ach, das hat er oben. Der hat nicht viel, ne? Das ist nur ein Album. Hören wir mal drauf. Warte. 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 Alles scheiße. Das ist nicht scheiße. Aber das habe ich gerade alles nicht verordnet. Tunnel macht halt so elektronische, so Gameboy Musik. Gameboy Musik. Ja, genau. Wirklich. Mit den Originalchips. Auf der Bühne mit seinem Gameboy und dann macht er... Oh... Oh, wow. Ich kenn sonst keine kleinen Menschen auf... Ah, ich weiß was. Nicht das von Tronimmel, aber... Ich weiß, was ich einranke. Ich muss nur grad kurz gucken. Warte, warte, warte. Ich weiß ganz genau, was ich einranke. Dann weiß ich jetzt, was ich will. Ich möchte Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen von Wolfgang Petri. Wahnsinn ist wahrscheinlich sein bekanntester Hit, deswegen wollte ich den jetzt hier nicht nehmen. Und das ist halt so ein Ding, weißt du? Das kann ich schon auch... Also ich würde fast sagen, das ist nicht unironisch feiern. Ist ein geiler Song. Petri ist eh für mich der Schlagergott. Ist das so? Ja. Dann hab ich dich jetzt glücklich gemacht. Ich bin mit dem groß geworden, so zwischen Rammstein und Wolfgang Petri. Also ich glaube, ich würde die Musik heute nicht gut finden, hätte ich die nicht bei meinem damals Kuppel hier in Ergensdorf. Der hat halt bei seinen Großeltern gelebt und die haben nur diese Scheiße gehört. Und das hat sich dann in mein Hirn eingebrannt. Der hat ja auch einen Anti-Nazi-Song, ne? Der heißt Scheiße ist braun. Singen wir das noch mal in der Kunde, die du hier drin bist. Den mach ich nächste Woche vielleicht rein, mal gucken. Naja, da haben wir aber doppelt geguckt. Ich wollte hier ein schön diverses Feld, deswegen hast du ja auch nach Genre gefragt, dass ich quasi aus jedem Genre, was dann am Ende drin ist. Dann empfehle ich nur für euch trotzdem Scheiße ist braun von Wolle Petri. An Anti-Nazis, radikalisiert quasi. Wolle Petri. Der hat ja auch an seinem Arm so ganz viele ne? Oh, warte, das ist neu. Genau, Antifa, Alerta und so. Okay. Ich möchte gerne einen rein, den Song Sag Mir, von R.A.B. and D.V.S.T. Was ist das denn? Was ist das? R.A.B. und Ja, genau, das hätte ich gern eingereiht. Okay, was ist das für ein Song? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Musik, die die jugendlicheren Menschen hören, von einem Künstler, den ich gern unterstützen möchte. Ja. Hast du auch noch einen Song? Nehme ich zumindest an, dass ich das möchte. Okay, ich hoffe, dass der, also ich gehe nicht davon aus, dass der Song schon drin ist, aber ich hätte gerne Dancing Lashatumbay von Werker Serojka. Der ist auf jeden Fall drin. Der ist schon dreimal drin. Das musst du vielleicht mal ein, das ist bei mir jetzt zu viel. Alles klar. So machen wir das. Vielen Dank fürs Hören, liebe Leute. Hört in die Brennholz-Untermusik-Playlist rein, die ist bei YouTube verlinkt und auch bei Linktree hoffentlich bald. Ja. Habe ich zugefügt. Und Dancing Lashatumbay. Oh, das war jetzt einer unserer schwächeren Podcasts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Nächstes, also morgen kommt wieder Erfurt. Nein, nächste Woche wird es wieder besser werden. Das war jetzt ein Erzinsider. Ja, Erzinsider haben mich ganz leid gesagt, ja morgen, wenn ihr wieder nach Erfurt kommt, spielen wir noch mal und dann wird es besser und dann wird es besser und in drei Tagen kommt ja Klüsen. Das wird auch ganz toll. Das war super. Dann, das war die Ausgabe 170. Ja, tut uns leid. Sorry noch mal, jetzt wirklich. Ich fand es großartig, es war ein Fiasko. EU war richtig EU. In Berlin war es Kuckuck. Ach, guck, eine Show. Gut, Leute, vielen Dank. Die Musik ist nicht Erzinsider, was wir hören, ist besser noch. Noch nicht, nee. Weil die verspielen sich nicht. Das kann die Erzinsider. Ja, Erzinsider auf ihrer Platte immer stahl verspielen. Ja, ja, keine Zeitphase. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.